Hi, willkommen zu einem Mini-Vlog. Wie ihr seht, habe ich meine neue Kamera. Yeah! Hier seht ihr mich mitten in meinem Zimmer. Und ich werde hier demnächst mal eine kleine Roomtour machen. Das habt ihr euch ja schon öfter mal gewünscht. Aber dafür muss ich noch ordentlich aufräumen, denn es ist hier im Moment noch mega chaotisch. Ich weiß gar nicht, ob man das hier alles so sieht. Ich habe hier schon total viel weggeräumt, aber es gibt noch viel zu tun. Wird also noch ziemlich lange dauern. So, ja, und let's play jetzt. Ich nehme jetzt eine neue Session Wizard 1-1 auf. Ich weiß gar nicht, was jetzt die aktuellste Folge ist. Folget mir! Mein Riesenzimmer hier. Pass auf, ich habe sogar aufgeräumt. Mit dem Schreibtisch bin ich schon mal soweit. Ich habe schon mal ein bisschen was aufgeräumt. Tada! Ist das nicht cool, oder? Hui! Ich muss mir aber angewöhnt, hier rein zu gucken. Ja, damit werde ich wahrscheinlich jetzt in Zukunft eher meine Vlogs machen. Und, hm, cool, oder? Ja, und damit gibt es auch ein paar coole Videos auf jeden Fall auf dem Kanal TerribleK. Ich sammle immer noch fleißig Videos, übrigens, äh, Ideen. Übrigens, wenn ihr irgendein besonderes Videoformat kennt, das so auf YouTube so populär ist, wie Roomtour, Follow-me-around, Hall und solche Sachen. Ich habe mit diesen Sachen was vor. Ähm, wenn ihr dann auch andere typische YouTube-Formate kennt, sagt es mir, schreibt es mir mal in die Kommentare und ich gucke es mir mal an. Gucken, was ich draus mache. So, und jetzt wollen wir mal langsam let's playen. Gehen wir mal da hin. So, da habe ich auch schon was zu trinken hingestellt. Ein Gläsinwasser. Ein bisschen, uh, Kaba-Erdbeer. Lecker. Ja, kann ich gar nicht so viel zu sagen, ne? Ziehen wir jetzt gleich mit dem Kopfhörer auf. Und dann, hier bin ich gerade dabei, meinen neuen Kanal Trailer zu machen. Wird nämlich mal langsam Zeit auf den neuesten Stand zu bringen. So, ist ja auch egal. Jetzt machen wir auf jeden Fall Ende. Und ich, äh, sag mal, ihr könnt gespannt sein auf das, was dann noch kommt. Ciao.